Hallo zusammen, in diesem Video wollen wir euch heute mal die fünf besten und beliebtesten Staubsauger mit Beutel vorstellen. Denn wie ihr alle wisst, Staubsaugen macht nicht immer Spaß und daher ist ein günstiger Staubsauger mit einer sehr hohen Saug ohne Reinigungskraft meist die beste Lösung, um damit effektiv und effizient eure Böden zu reinigen. Da es mittlerweile eine riesen Auswahl gibt, haben wir uns die Mühe gemacht, für euch mal die fünf besten und beliebtesten Staubsaugen mit Beutel herauszusuchen. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir an und wir starten am besten gleich mit Platz 5. Auf Platz 5 haben wir den Siemens Z 3.0 Bodenstaubsauger. Dann kommen wir auch gleich mal zu den Vorteilen. Und zwar haben wir hier einen Bodenstaubsauger, der sehr günstig in der Anschaffung ist. Er ist sehr leicht zu bedienen, hat eine XXL-Polsterdöse mit dabei, ist ideal für die Haare geeignet, hat niedrigen Stromverbrauch, einen eingebauten Hygienefilter, ein reichhaltiges Zubehör und die Nachteile, die Laufrollen sind etwas instabil und er hat keine so gute Kabelaufrollung. Die Produktdetails, wir haben hier 850 Watt Leistung, 10 m Aktionsradius, ein Staubbeutelvolumen von 4 Litern, ein Gewicht von um die 4 kg, eine XXL-Polsterdüse für die Haare, ein Hygienefilter, umschaltbare Rollendüsen und 77 dB Betriebsgeräusch. Mit dabei ist auch ein reichhaltiges Zubehör. Schauen wir uns doch mal hier diesen Siemens Staubsauger auf Amazon näher an. Ich verlinke euch auch unten in der Videobeschreibung als Link, also klickt dort mal drauf, dann kommt ihr zu dieser Seite hier. Der Preis knapp 105 Euro, ist also wirklich ein sehr günstiges Modell und dennoch von einem namhaften Hersteller wie Siemens. Auch hier die Produktbeschreibung und die technischen Daten sehen hier wirklich sehr gut aus. Hat einen großen Aktionsradius, einen tollen Filter, der hier so einiges herausfiltert und auch die weiteren technischen Daten können sich sehen lassen. Hier nochmal eine kleine Übersicht, dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal runter zu den Bewertungen. Und die fallen auch sehr positiv aus, wird als Superpreis-Leistungsverhältnis hier betitelt, extrem saugstark und auch alle weiteren Bewertungen sind hier wirklich sehr positiv. Falls ihr also auch Interesse an diesem Staubsauger habt, dann klickt unten mal auf den Link und dann kommt ihr zu dieser Seite und könnt euch das nochmal in aller Ruhe nach dem Video durchlesen. Weiter geht es dann auch schon mit Platz 4. Und auf diesem Platz landet bei uns der AEG VX9 II Öko-Staubsauger. Die Vorteile, wir haben hier wirklich einen sehr ökologischen Staubsauger, denn er wurde hier aus 70% Recyclingmaterial hergestellt. Er ist sehr leise, er hat einen großen Staubbeutel, er hat einen waschbaren Filter, niedrigen Stromverbrauch, einen eingebauten Hygienefilter und ein Komfort-Tragegriff. Die Nachteile leider etwas hohes Gewicht und ein etwas höherer Preis. Da gehen wir auch gleich weiter zu den Produktdetails. Wir haben hier also 850 Watt Leistung, einen sehr großen Aktionsradius von 12 Metern, das große Staubbeutelvolumen, ein Gewicht von um die 5,8 Kilogramm, eine 3 in 1 Multifunktionsdüse, einen LRG-Filter. Er hat eine stufenlose Saugkraftregelung und ein sehr geringes Betriebsgeräusch von gerade mal 65 dB. Da gucken wir uns auch gleich mal hier auf Amazon den Staubsauger etwas näher an. Wir können hier nochmal die einzelnen Abbildungen sehen. Sieht eigentlich alles sehr gut aus, kann sich hier also wirklich sehen lassen und er wird auch von der Stiftung Warentest als erstklassen Staubsauger ausgezeichnet. Der Preis um die 200 Euro ist dennoch sehr gut, wenn man bedenkt, dass er hier wirklich sehr ökologisch in Anführungszeichen gebaut wurde. Dann würde ich sagen, schauen wir uns auch hier nochmal die technischen Daten etwas näher an. Hier wird nochmal alles beschrieben. Er hat wirklich ein durchdachtes Super-Set mit dabei und eine sehr große Leistung, vergleichbar mit 2200 Watt. Hier steht nochmal alles drin. Hier kann man auch nochmal den Vergleich zu anderen Modellen sehen. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal runter zu den Bewerterinnen und schauen uns die mal an. Er wird hier als Top-Staubsauger bezeichnet. Hier mit Kombidüsen und wirklich sehr gut für Teppiche geeignet und auch die weiteren Bewertungen können Sie hier wirklich sehen lassen. Dann geht es auch schon weiter zu Platz 3 und auf diesem Platz landet bei uns ebenfalls ein Siemens Staubsauger und zwar der Q5.0. Die Vorteile. Wir haben hier einen Staubsauger mit einem sehr hocheffizienten Motor. Er ist ja relativ leise, hat einen großen Aktionsradius von 13 Metern, hat einen Hochleistungshygienefilter, hat einen niedrigen Stromverbrauch, eine Soft-Bumper- Protection und umschaltbare Rollendüsen. Die Nachteile leider eine etwas schlechte Kabelrückholung und einen etwas kurzen Schlauch. Kommen wir auch gleich zu den Produktdetails. Wir haben hier 850 Watt Leistung, ein Aktionsradius von 13 Metern, ein Staubbeutelvolumen von 4,5 Litern. Das Gewicht liegt bei um die 6 Kilogramm. Wir haben umschaltbare Rolldüsen, ein Heberhygienefilter, eine Kompressortechnologie, Betriebsgeräusche von 70 Dezibel und ein integriertes und sehr umfangreiches Zubehör. Schauen wir uns also mal hier nochmal den Staubsauger näher auf Amazon an und auch diesen verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Also klickt dort mal auf den Link, dann kommt ihr genau zu dieser Seite hier. Ihnen gibt es in verschiedenen Varianten, einmal mit und einmal ohne Zusatzbeutel. Ich habe jetzt hier die ohne Zusatzbeutel für 138 Euro. Ist also wirklich sehr günstiger Staubsauger und dennoch von einem sehr namhaften Hersteller. Hier sehen wir nochmal die Produktdetails. Im Überblick ist wirklich hier sehr alles gut aufgelistet. Wir haben hier wirklich alles drin, was man so für den täglichen Bedarf benötigt. Da gehen wir mal runter und schauen uns auch nochmal die Bewertungen an und auch die fallen mir wirklich super aus. Wird als bester Staubsauger hier betitelt, hat ein sehr langes Kabel und eine sehr gute Saugkraft und ist auch hier als wirklich leise gekennzeichnet. Wir persönlich finden den Staubsauger aufgrund seines reichhaltigen Zubehörs und dem sehr günstigen Preis auf jeden Fall als Erstklassig. Wir können ihn also hier nur weiterempfehlen und den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung, also klickt dort mal drauf, dann könnt ihr euch den nachher in alle Ruhe nochmal anschauen. Weiter geht es also jetzt mit Platz 2. Und auf diesem Platz landet der Miele S83040 Powerline Staubsauger. Die Vorteile. Wir haben hier einen wirklich sehr leistungsstarken Motor mit 77 dB Betriebsgeräusch, 12 Meter Aktionsradios, eine Komfort-Kabelaufwicklung, ein Parksystem für Saugpausen, ein Komfort-Teleskoprohr und Handgriffe mit Metallabreiter. Die Nachteile leider nicht so gut für Tierhaare geeignet und eine kleine Teppichbürste ist leider auch nicht dabei. Die Produktdetails. Wir haben hier also 890 Watt Leistung, 12 Meter Aktionsradius, ein Staubbordelvolumen von 4,5 Liter, ein Gewicht von 7,26 Kilogramm. Wir haben eine Fußsteuerung, Energieklasse C, eine Thermoschutzfunktion, dreiteiliges Zubehörset und mit einer Universal Bodendüse. Dann schauen wir uns auch mal diesen Staubsauger hier mal näher auf Amazon an. Und auch diesen verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Hier sehen wir nochmal die interessanten Ausführungsvarianten und die schöne Komfort-Kabelaufwicklung, die mir persönlich auch sehr gut gefällt. Den Staubsauger gibt es in zwei Farbvarianten, blau und weiß und auch hier in zwei Versionen, einmal mit Staubbeutel und einmal ohne. Der mit Staubbeutel kostet 200 Euro. Ist also ein super Preis. Kann ich also euch auch hier nur empfehlen. Die technischen Details und die technischen Daten sehen hier ebenfalls sehr gut aus. Es ist wie gesagt ein sehr hochwertiger Staubsauger, der hier wirklich ein sehr großes Einsatzgebiet abdeckt. Dann würde ich sagen, schauen wir uns dann gleich mal die Bewertungen an. Und auch die fallen hier wirklich sehr gut aus. Es ist wirklich ein Top-Staubsauger, der hält, was er verspricht. Es gibt wirklich sehr viele gute Meinungen. Es ist wirklich ein Premium-Staubsauger und auch wir können hier nur Gutes von diesem Staubsauger berichten. Wie gesagt, den Link, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Doch nun zu Platz 1 unserem Vergleichssieg und dann landet bei uns der Siemens VS 06A111 Staubsauger. Die Vorteile, wir haben hier wirklich einen super Staubsauger zu dem erstklassigen Preis mit einem niedrigen Stromverbrauch, einem High-Power-Motor, einem sehr großen Beutelvolumen, 9 Meter Aktionsradius, in dem Kenefilter ist auch mit dabei. Wir haben unschadbare Rollendüsen und Fugen- und Polsterdüsen sind ebenfalls mit dabei. Die Nachteile, die Saugkraft könnte natürlich einen Tick besser sein. Die Produktdetails. Also die Leistung beträgt hier 600 Watt, der Aktionsradius ist 9 Meter. Wir haben hier 4 Liter Staubbeutelvolumen in Gewicht von 5,6 Kilogramm, ein Power-Protect-Staubbeutel, einen hochwertigen Hygienefilter, umschadbare Rollendüsen und sehr kompakte Abmaße. Und natürlich auch hier Made in Germany. Schauen wir uns also auch diesen Staubsauger auch mal ganz genau hier an auf Amazon. Wir können also hier auch schon mal sehen, was hier noch alles mit dabei ist, wie der Staubbeutel aussieht. Und natürlich auch hier Made in Germany, also das Markenzeichen von Siemens. Ihn gibt es hier in verschiedenen Varianten. Einmal mit 600 Watt, einmal mit 700 Watt. Wie gesagt, die 600 Watt Variante ist hier wirklich super günstig. Ihr bekommt den teilweise schon für 60 Euro. Das spricht also deutlich für diesen Staubsauger, besonders wenn ihr gerade hier einen kleinen kompakten Staubsauger benötigt, ist der genau richtig für euch. Und auch die technischen Daten sehen natürlich hier gut aus. Hier können wir die Abbildung sehen, wie hier der Staubsauger aufgebaut ist. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns doch mal die Bewertungen an. Die sind hier wirklich sehr positiv. Das war das tolle Sauger bezeichnet. Als super, als besser, als gedacht, als kleine Kampfsau. Also von dem her wirklich nur positive Bewertungen. Und auch wir können euch den Staubsauger empfehlen, wenn ihr hier eine sehr günstige Alternative zu hochwertigen und teuren Markenprodukten sucht. Unser Vergleichssieger steht also fest, ist es der Siemens VS 06 A111. Schauen wir uns also nochmal die Hauptmerkmale hier direkt an. Wir haben einen erstklassigen Preis, ein High-Power-Motor, eine einfache Bedienung und er ist sehr kompakt und handlich. Und natürlich made in Germany. Ich danke mich jetzt fürs Zuschauen und alle weiteren Informationen sowie die Links, die gibt es natürlich unten in der Videobeschreibung. Also schaut dort mal rein und dann könnt ihr euch jetzt nach dem Video euch nochmal die Staubsauger in aller Ruhe anschauen. Wenn ihr mehr über Staubsauger wissen wollt, dann schaut euch doch mal unsere Seite an www.staubsaugertest24.de. Hier findet ihr wirklich eine sehr große Auswahl an Staubsaugern aus sämtlichen Kategorien. Staubsauger mit Beutel, Staubsauger ohne Beutel, natürlich Akku-Staubsauger. Wir haben hier Roboter-Staubsauger und auch Waschsauger. Zudem gibt es hier sehr viele Produktberichte im Direktvergleich, da gibt es mal Testberichte und es gibt auch sehr viele interessante Ratgeber zu allen möglichen Themen. Das war es jetzt so und ich hoffe, ich konnte euch bei der Auswahl von eurem zukünftigen Staubsauger behilflich sein.